Nun wenden wir uns den aktuellen Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt selbst zu. Im Wohnungsmarkt sehen wir einige bemerkenswerte Verschiebungen. Nicht wahr, Robert? Dass es zu solchen Veränderungen beim Wohnungsmarkt gekommen ist, sieht man an der Entwicklung der Leerstandszahlen. Die sind in den letzten Jahren, solange Christine und ich bei Wüstpartner arbeiten, immer gestiegen und jetzt das erste Mal seit zwölf Jahren so gegangen. Da war bei der Rückgang nicht mal unbedingt das Erstaunliche, aufgrund von einer leicht rückläufigen Neubautätigkeit konnte man davon ausgehen, dass zumindest die Leerstände stagnieren oder leicht rückläufig sind, aber dass sie so stark zurückgingen, das war dann schon erstaunlich. Sie sind in diesem Jahr um minus 9,5 Prozent zurückgegangen, auch bei den Mietwohnungen, dort wo der größte Anteil ist des Leerstands, gab es einen starken Rückgang um minus 8,9 Prozent und was ebenfalls erstaunlich ist, ist, dass der Anteil von neu gebauten Wohnungen am gesamten Leerwohnungsbestand nur noch 9,9 Prozent beträgt. Das ist der tiefste Wert seit 2004. An was liegt das, was sind die Gründe dafür? Einerseits sehen wir eine immer noch hohe Wohnbautätigkeit, einen hohen Brutto-Wohnungszugang. Der ist eben ein bisschen zurückgegangen aufgrund weniger Neubaueingaben einerseits, weil die erhöhten Leerstände der letzten Jahre ein bisschen zu Vorsicht angeregt haben. Es gab auch Verzögerungen aufgrund von Covid-19 auf den Baustellen, aber nichtsdestotrotz ist der Wohnungszugang immer noch relativ hoch. Man kann hier noch die Objekte abziehen, die in Form von Wohnersatzneubauten zuerst abgebrochen werden mussten, bevor die neuen Wohnungen erstellt werden konnten, kommen dann zum Netto-Wohnungszugang von knapp oder rund 48.000. Auf der anderen Seite haben wir die Nachfrage und die Nachfrage ist immer noch stark dominiert von der Haushaltsbildung durch den internationalen Wanderungssalto. Das sind rund 29.000, knapp 30.000. Man sieht aber doch, dass es immer noch eine große Lücke gibt zwischen dem Netto-Wohnungszugang und dieser zusätzlichen Nachfrage. Also muss die Nachfrage von woanders herkommen und sie kommt immer stärker eben auch aus dem Inland. Einerseits ist der Anteil der älteren Bevölkerung noch größer an der Gesamtbevölkerung geworden. Die ältere Bevölkerung wohnt auch fast ausschließlich in ein- oder zwei Personenhaushalten und deshalb braucht es auch viel mehr Wohnraum für die Gesamtbevölkerung, wenn der Anteil der älteren Bevölkerung ansteigt. Aber auch die anderen Altersgruppen verteilen sich auf mehr Haushalte, brauchen kleinere Haushalte, nutzen das Wohnungsangebot, das in den letzten Jahren geschaffen wurde und dadurch gibt sich auch hier noch eine zusätzliche Nachfrage, die eben von den Inländerinnen und Inländern kommt. In der Summe sehen wir, dass jetzt die Nachfrage auch höher ist als der Netto-Wohnungszugang auf den Markt und das ist dann schlussendlich der Haupttreiber dahinter, dass der Leerstand zurückgegangen ist. Dieses Phänomen mit der vermehrten inländischen Nachfrage ist jetzt nicht zwingend etwas, was man auf Covid-19 zurückschreiben kann, sondern es ist etwas, was sich in den letzten Jahren sukzessive angebahnt hat. In den Jahren 2013 bis 2015 war die Nachfrage noch von dem internationalen Wanderungssaldo geprägt und dann hat sich sukzessive die inländische Nachfrage durch das neu geschaffene Wohnungsangebot dann auch zusätzliche Haushalte auslösen können. Für das Jahr 2030 erwarten wir eine ähnliche Entwicklung. Die inländische Nachfrage wird immer noch einen großen Teil an der Gesamtwohnungsnachfrage ausmachen, vielleicht nicht mehr ganz so stark wie in den letzten beiden Jahren 2019 oder 2020. Das ist also die eine strukturelle Veränderung, die die Nachfrage hier erlebt hat. Eine andere strukturelle Veränderung hat sich schlagartig mit Covid-19 eingestellt. Das ist die Suche wieder nach größeren Wohnungen, sodass man Homeoffice und Privatleben gut miteinander verbinden kann. Im Mietwohnungsmarkt sind vor allem drei bis viereinhalb Zimmerwohnungen jetzt vermehrt gefragt. Auch kleinere Haushalte möchten eher solche Wohnformen, um eben Privat- und Arbeitsleben zu Hause gut miteinander verbinden zu können. Eine andere strukturelle Veränderung ist die räumliche. Das sehen wir hier. Die rot eingezeichneten Regionen sind diejenigen Regionen, wo die Nachfrage sich in Relation zur Größe am stärksten verändert hat. Und dabei fällt auf, dass es nicht unbedingt die Großzentren sind, sondern andere Regionen. Herausstechen tun zwei MS-Regionen. Einerseits das Klonauer Amt und andererseits Suersee-Seetal im Kanton Luzern. Nirgends hat die Nachfrage nach Mietwohnungen so stark zugenommen. Im Sommer 2021 verglichen mit vor Covid, also Sommer 2019, wie in diesen beiden Regionen. Diese beiden Regionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie relativ nah an Zentren sind, Luzern und Zürich. Sie sind aber vielleicht nicht ganz so gut angewunden wie nah liegende Agglomerationsgemeinden, haben aber dadurch ein tieferes Mietpreisniveau und sind deshalb sehr begehrt bei den Mietwohnungssuchenden. Auch andere Standortfaktoren prägen die Nachfrage momentan überdurchschnittlich stark. Das ist die Steuerattraktivität, deshalb auch die starke Nachfragezugang im Kanton Zug und Kanton Nidwalden. Seenähe sieht man beispielsweise südlich am Bodensee oder auch am Thunersee oder auch die Nähe zu Natur und Tourismus. Das zeigt sich bei der Mietwohnungsnachfrage in den touristischen Regionen. Grundsätzlich, auch wenn der Leerstand zurückgegangen ist, die Liquidität im Mietwohnungsmarkt ist nach wie vor hoch. Die Haushalte, die eine Wohnung suchen, haben eine relativ große Auswahl. Und das ist etwas, was man im Wohneigentumsmarkt doch eher anders aussieht. Genau. Im Gegensatz zum Mietwohnungsmarkt ist das Angebot an Wohneigentumsobjekten in vielen Teilen der Schweiz nach wie vor äußerst gering. Auf dieser Karte sehen Sie die Anzahl angebotener Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser pro 1000 Mieterhaushalte. Die Mieterhaushalte sind die potenziellen Käufer von Wohneigentumsobjekten. In den hier rot eingefärbten Regionen, also in und um die Großzentren, ist dieses Verhältnis typischerweise sehr tief. Sie sehen aber auch in weiten Teilen der Regionen Zürich, Bern, Innerschweiz oder aber auch der Ostschweiz, dass nur gerade 10 bis 20 Wohneigentumsobjekte auf 1000 Mieterhaushalte angeboten werden. Etwas entspannter ist die Situation in der Südschweiz, hier blau eingefärbt. Insgesamt ist das Angebot an Wohneigentumsobjekten über die letzten Jahre kontinuierlich zurückgegangen. Gründe dafür sind die stagnierende Neubautätigkeit bei gleichzeitig starker Nachfrage. Nun, Sie kennen die Geschichte, starke Nachfrage, tiefes Angebot, heißt steigende Preise. Und die Preise sind in der Tat stark gestiegen, so stark wie seit 10 Jahren nicht mehr. Sowohl bei Einfamilienhäusern als auch bei Eigentumswohnungen haben wir einen Preisanstieg von über 7% in der Jahresfrist verzeichnet. Dass solche Preisanstiege in einer wirtschaftlichen Krisensituation beobachtet werden, ist doch außergewöhnlich. Wir verzeichneten einen BIP-Rückgang im letzten Jahr um rund 3%. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Dennoch, die Schweizer Haushalte verfügen seit Beginn der Corona-Pandemie über tendenziell mehr finanzielle Mittel. Die Immobarometer-Befragung bei den Schweizer Haushalten in diesem Jahr hat gezeigt, dass sich in über 50% der Haushalte die finanzielle Situation nicht verändert hat während der Corona-Pandemie. Hier dargestellt an den beiden Balken in der Mitte. Die oberen beiden Balkenpaare zeigen, dass über ein Drittel der Haushalte gar mehr Ersparnisse während der Corona-Pandemie anhäufen konnte. Die Gründe dafür sind einerseits staatliche Unterstützungsmaßnahmen im letzten Jahr, weniger Ausgaben für Reisen, Freizeitaktivitäten, aber auch private Anschaffungen und drittens konnten an den Kapitalmärkten gute Gewinne erzielt werden. Nun, dadurch konnten die Haushalte mehr finanzielle Mittel eben auch zum Erwerb von Wohneigentum anhäufen. Zusätzlich gepusht hat die Nachfrage die attraktiven Finanzierungsbedingungen. Nun ist die Schweiz ein Sonderfall mit diesen starken Preisanstiegen im Wohneigentumssegment. Im internationalen Vergleich sehen wir Nein. In Ländern wie den USA, Schweden oder Australien wurden Preisanstiege innert Jahresfrist von 15 bis 20% verzeichnet. Aber auch in Nachbarstaaten wie Österreich oder Deutschland muss heute über 10% mehr bezahlt werden für ein Einfamilienhaus als noch vor einem Jahr. Der Run auf Wohneigentum ist also kein oder nicht ausschließlich ein Schweizer Phänomen. Dennoch wecken die starken Preisanstiege Ängste vor einer Überhitzung des Marktes. Ein Blick auf verschiedene Kennzahlen zeigt, einige ökonomische Faktoren sind nicht mehr im langfristigen Gleichgewicht. Sie sehen es an diesen Kurven hier, alle zeigen in die gleiche Richtung, alle zeigen nach oben. Sei es das Hypothekarvolumen versus Bruttoinlandprodukt oder die Einfamilienhauspreise gegenüber den Einkommen oder unten die Wohneigentumspreise im Vergleich zu den Wohnungsmieten. Die Message ist klar, Wohneigentum wurde zu einem überproportional teuren Gut. Bei solchen Preisanstiegen ist natürlich auch das Korrekturpotenzial nach unten größer geworden. Vor allem im Szenario einer Stagflation müsste mit deutlichen Preisrückgängen im Wohneigentumssegment gerechnet werden. Doch aktuell ist der Markt nach wie vor sehr angespannt und entsprechend gehen wir nicht von einer negativen Preisspirale aus. Für die Stabilität des Wohneigentumsmarkts wäre eine Drosselung dieser Preisspirale aber dennoch wünschenswert. Nun, in der Theorie ließe sich das erreichen, indem das Angebot ausgedehnt würde. Doch was heißt das konkret? Mehr Bauland, das lässt sich bekanntlich nicht so einfach vermehren. Oder wir schaffen mehr Platz auf dem heute verfügbaren Bauland, sprich erhöhen die Ausnutzung. Bei beiden Varianten kommt die Raumplanung ins Spiel. Und Robert, wo liegen da die Herausforderungen? Auf der einen Seite haben wir die restriktive Raumplanung, die mit ihrem obersten Ziel die Ausdehnung der Siedlungsfläche das bremsen möchte und stattdessen die Siedlungsentwicklung nach innen vorantreiben möchte. Mit der Inkraftsetzung des revidierten Raumplanungsgesetzes ist praktisch an keinem Ort in der Schweiz mehr noch eingezohnt worden. Und das Bauland fehlt jetzt auch zur Wohnraumerstellung, insbesondere im Wohneigentumsmarkt, für die jetzt wieder stärker ansteigende Anzahl an Haushalten. Und auf der anderen Seite haben wir die immer länger andauernden, ultra-expansiven Geldpolitiken von den internationalen Notenbanken, die billiges Geld in die Märkte pumpt, so die Anlagemöglichkeiten im risikoarmen Bereich beschränkt und eben auch das Finanzierungsumfeld im Wohneigentumssegment attraktiv macht und hier die Nachfrage pusht. Der Aufbau von dieser beiden Welten ist dann eben schlussendlich auch der Motor hinter den Preisanstiegen und die Auswirkungen zeigen sich beispielsweise an der folgenden Grafik. An der horizontalen Achse sehen wir die Quadratmeter unüberbautes Bauland in einer MS-Region pro Haushalt im Jahr 2017. Und in der vertikalen Achse sieht man in der entsprechenden MS-Region die Anstiege von Wohneigentum in Form von Eigentumswohnung seit dem Jahr 2017 bis heute. Und man sieht einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen. Je kleiner die Quadratmeterzahl an unverbautem Bauland ist pro Haushalt in einer MS-Region, desto stärker war der Preisanstieg für Eigentumswohnungen. Das unverbaute Bauland ist jetzt zwingend nicht die einzige Größe, um zu beurteilen, wo wie gut Wohnraum erstellt werden kann, aber sie hat doch entscheidenden Einfluss. Sicher auch noch einen Einfluss, wie die Gemeinde unbebautes Bauland mobilisieren kann. Man sieht hier, dass die Raumplanung dem einen Ziel, also der Bremsung, der Ausdehnung der Siedlungsfläche etwas näher kommt, aber bei der Erreichung des anderen Ziels, der Siedlungsentwicklung nach innen, dort stockt es noch etwas. Was wir hier sehen, ist die Verteilung der Bauarten von den neuen Wohnungen. 34% aller neuen Wohnungen werden als Wohnersatzneubau konzipiert und gebaut. 23% ist Umnutzung nach Abbruch, das heißt, Nicht-Wohnobjekte werden erst abgerissen, durch Wohnobjekte ersetzt. 2% ist Aufstock und Anbau und 41% bauen auf der grünen Wiese. Das unterscheidet sich etwas zwischen den Segmenten Mietwohnungen, Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser. Wenn man es aber vergleicht mit Zahlen aus dem Jahr 2018, 2019, sieht man, dass sich die Anteile nicht mehr verschieben, also die Siedlungsentwicklung nach innen nicht wirklich vorankommt. Das kann damit zusammenhängen, dass beispielsweise die Ausnutzungsbeschränkungen zu stark sind, an der Mehrwertabgabe, an langwierigen Baubewilligungsprozessen, Lärmvorschriften oder auch an der bürgerlichen Opposition. Aber in der Summe ist insbesondere bei der Schaffung von Wohnraum im Wohneigentumssegment momentan zu wenig Platz und Raum vorhanden. Und das ist eine der wesentlichen Herausforderungen für die Raumplanung auch in den kommenden Jahren. Aber die Raumplanung wird sich auch noch weiteren Herausforderungen stellen müssen. Die werden jetzt nicht weniger, sondern werden eher mehr. Einerseits haben wir jetzt aufgrund von Homeoffice die Ausgangslage, dass sich die Nachfrage nicht mehr nur auf die Arbeitsplatzzentren konzentrieren muss, sondern sich wieder breiter über das Land verteilen kann. Hier stellt sich die Frage, wie man mit diesem Trend langfristig umgehen müsste. Die Raumplanung spielt auch eine wichtige Rolle bei der Erreichung der Klimaziele und bei der Reduktion des CO2-Ausschussstoßes. Man muss dort also eine Balance finden, um auch die strukturellen Veränderungen bei der Mobilität mit einzubeziehen können. Und Raumplanung wird auch beim preisgünstigen Wohnraum weiterhin eine wichtige Rolle spielen, aber eine noch wichtige Rolle insbesondere bei der Schaffung von preisgünstigem Wohneigentum. Wir sehen, die Herausforderungen sind vielfältig, wir die Immobilienmarktakteure und die öffentliche Hand. Hier gilt es zielgerichtete Lösungen zu finden, einige Stoßrichtungen der letzten Jahre auch nochmal zu überdenken, um eben auch der geänderten Ausgangslage gerecht zu werden. Von diesen mittel- bis langfristigen Herausforderungen nun wieder ein Blick zurück auf die nähere Zukunft und auf unsere Einschätzung fürs nächste Jahr. Ja, die Corona-Pandemie hat uns gelehrt, selbst kurzfristige Prognosen können äußerst schwierig sein. Dennoch wagen wir uns wie gewohnt an einen Ausblick zum Immobilienmarkt im nächsten Jahr. Doch schauen wir zunächst das Wirtschaftsumfeld an. Die Schweizer Wirtschaft ist gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Wir sind wieder auf Wachstumskurs und entsprechend erwarten wir fürs nächste Jahr ein Wirtschaftswachstum von starken 3,5%. Der attraktive Arbeitsmarkt dürfte wieder vermehrt Personen aus dem Ausland anziehen. Das führt zu zusätzlicher Haushaltsbildung. Gleichzeitig haben wir von Robert gehört, kommt auch aus der inländischen Bevölkerung ein weiteres Haushaltswachstum auf uns zu. Insgesamt rechnen wir mit einem Plus von 1,5% im nächsten Jahr. Die deflationäre Phase in der Schweiz ist vorerst zu einem Ende gekommen. Aktuell verzeichnen wir eine Inflationsrate von knapp einem Prozent. Die hohe Teuerung ist zurückzuführen auf starke Anstiege bei den Energiepreisen, Lieferengpässe, aber auch ein Nachholbedarf bei vielen Gütern infolge der Corona-bedingten Zwangspause. Im internationalen Umfeld sehen wir, dass wir nicht alleine dastehen. Im Gegenteil, zum Beispiel in der Eurozone liegt die aktuelle Teuerung bei 3,4%. Das ist ein 10-Jahres-Hoch. Je länger die Inflation dauert, desto mehr rechnen auch die Investoren damit, dass die Inflation noch weiter steigt. Entsprechend erhöht sich auch das Risiko in der Schweiz einer anhaltenden höheren Inflation. Doch die Mehrheit der Prognoseinstitute geht aktuell davon aus, dass sich die Inflation unter den aktuellen Höchstwerten einpendeln wird, aber über dem Mittel der letzten Jahre zu legen kommt. Also ein Plus von 0,6% scheint hier wahrscheinlich. Werfen wir einen Blick auf die Zinsen bzw. auf die Renditen der 10-jährigen Bundesobligationen. Das 10-Jahres-Mittel von 0,2% wird aktuell mit minus 0,3% deutlich unterboten. Nun, wir rechnen nicht mit einer hohen Inflation, also wir gehen davon aus, dass sich diese unter der magischen 2%-Marke einpendeln wird und entsprechend gehen wir auch nicht von einer drastischen Zinswende aus. Eine Annäherung ans langjährige Mittel erscheint aber wahrscheinlich. Was sind nun die Folgen dieser Perspektiven für die immobilen Investorenmärkte? Die Investoren rechnen mit einer weiter steigenden Wohnungsnachfrage, Anlagealternativen sind weiterhin knapp, also Immobilieninvestitionen weiterhin begehrt. Wir haben die Renditen oder die Bruttoanfangsrenditen aller Transaktionen analysiert, die wir in diesem Jahr beobachten konnten und die mittlere Bruttoanfangsrenditen dieser Wohnliegenschaften und gemischt genutzten Liegenschaften liegt bei 3,4%. Das starke Interesse der Immobilieninvestoren, vor allem an Wohnobjekten, spüren wir auch auf dem Baumarkt. Wir rechnen damit, dass sich das Neubauvolumen im Mehrfamilienhaussegment im nächsten Jahr um 2,4% erhöhen wird. Rund die Hälfte aller baubewilligten Wohneinheiten entfällt auf Mietwohnungen. Wir haben es gehört, infolge der Nachfragestruktur wäre ein Plus an Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäusern durchaus wünschenswert. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie auch, dass sich da eine leichte Entspannung, also ein Plus bei den baubewilligten Wohneinheiten bei Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern abzeichnet. Doch dieses Zusatzangebot ist mehr ein Tropfen auf den heißen Stein, denn die Nachfrage bleibt weiterhin hoch, auch wenn das Niveau der Hypothekarzinsen leicht anziehen dürfte. Ja, wir kommen zu den Prognosen. Bei den Einfamilienhäusern rechnen wir mit weiteren Preisanstiegen in allen Regionen, nicht ganz so stark wie im letzten Jahr oder wie im laufenden Jahr, aber doch immer noch in einigen Regionen mit über 3%. Auch im Eigentumswohnungssegment haben wir einen anhaltenden Nachfrageüberhang und entsprechend fallen auch da unsere Prognosen für alle Regionen positiv aus. Corona-bedingt hatten wir einen starken Anstieg der Nachfrage nach Zweitwohnungen beobachtet. Das dürfte weitergehen und entsprechend sind auch unsere Prognosen für den Kanton Graubünden deutlich positiv. Etwas entspannter ist die Situation im Tessin, da sind bereits viele Wohneigentumsobjekte auf dem Markt und entsprechend sind hier die erwarteten Preisanstiege etwas geringer. Nun, so groß der Nachfrageüberhang beim Wohneigentum, so hoch ist das Überangebot an Mietwohnungen immer noch in vielen Teilen der Schweiz. Über die letzten zehn Jahre haben sich die Angebotsmieten für Mietwohnungen nicht verändert. Im Mittel, über die letzten zwei Jahre haben wir gar einen Rückgang von 3,2% verzeichnet. Nun, wie geht die Geschichte weiter? Wir gehen in allen Regionen von negativen oder stabilen Preisentwicklungen aus. In Folge der Homeoffice-Möglichkeiten hat sich, wie wir von Robert gehört haben, der Suchradius vieler Haushalte tendenziell ausgedehnt. Das heißt, die Nachfrage in den günstigeren Wohnregionen wird tendenziell gestützt, während die doch immer noch angespannte Situation auf den Mietwohnungsmärkten in den Großzentren etwas entlastet wird. Insgesamt fallen unsere Preisprognosen also geografisch gesehen relativ ausgeglichen aus. Homeoffice, die Alterung der Gesellschaft, fehlendes Bauland und auch Klimawandel, das sind Faktoren, die jetzt die Gegenwart, aber auch die Zukunft zu strukturellen Veränderungen im Wohnungsmarkt führen werden.